So, hallo, herzlich willkommen, euer Paul. Freut mich, dass ihr da seid. Und heute mache ich was mit Fleisch. Das sieht hier aus wie ein bisschen Rinderfilet, aber es ist ein schönes, abgehangenes Stück Hüfte. Ja, und zwar mache ich hier ein Carpaccio raus. Ich mache jetzt kein Original Carpaccio. Also falls da irgendwelche Leute schreiben in die Kommentare, dass es kein Original Carpaccio ist, ich weiß. Und zwar brate ich das an und ich gare es auch, das Fleisch. Original ist das Carpaccio ja lediglich Rinderfilet, roh geschnitten, mit Messer ausgestrichen oder plattiert, unterschiedlich. Und dann mit einer frischen Mayonnaise mit rohem Ei und ein bisschen Salat vielleicht. Aber wie gesagt, ich mache das anders. Das ist jetzt hier quasi euer Paul-Style. Das Carpaccio so in dieser Form habe ich schon oft gemacht und meine Frau und ich essen das so am liebsten. Es ist quasi eher wie so ein umgedrehter Salatteller. Man könnte sich auch einen leckeren Salat machen mit Rindfleischstreifen. Ich mache es schön hier als Carpaccio. Und zwar brate ich das Fleisch an von allen Seiten und dann wird es hier im Ofen dann weiter gegart. So sieht es gut aus. Röstarom in der Pfanne, die brauche ich auch noch. Und dann kommt das Ganze hier in den Backofen. Und zwar mein Lieblingsbackofen. Aber ich muss noch mal meinen Backofen filmen. Der ist mich mittlerweile geputzt worden. Ja, so ist das Fleisch aus und ja, was soll ich sagen. Ich habe es ein bisschen verpennt. Das Fleisch ist etwas zu weit gegart. Ich wollte es eigentlich irgendwie so bei 52, 54 Grad rausholen. Und dann bin ich abgelenkt worden und ich habe es bei 60 rausgeholt. Na, ihr werdet es gleich sehen. Aber hier geht es weiter. Die Pfanne hat schöne Bratenansätze, Essig kommt rein, also dunkler Balsamico, die ausgelaufenen Fleischsäfte und hier ein schöner, tiefgefrorener Block meiner Rinderbrühe. Schaut euch das Video an. Die Brühe ist sehr gut. So, Pfanne ist heiß. Darum habe ich hier noch das Küchentuch drauf liegen. Danke Mama. Vielen Dank. Du hast das schön gehäkelt. Ich muss das doch mal in die Waschmaschine schmeißen. Ja, hier geht es dann weiter. Die ganze Schose hier in der Pfanne wird einmal abgelöscht. Die Brühe eingekocht und das Fleisch habe ich jetzt hier ein bisschen auskühlen lassen und schön spack in Folie eingewickelt. Das geht so nochmal in den Kühlschrank, um das gleich schön dünn aufzuschneiden. So, und das hier, was ich jetzt hier koche, das nehme ich so als eine Art Soße, die man dann so auf dem Fleisch verteilt. Werdet ihr gleich sehen. Die wird jetzt noch gewürzt. Salz und Pfeffer. Und so ist sie auch dann schon fertig. Kann dann beiseite. Ich mache euch jetzt keine Butter rein, also ich gebe jetzt keine Butter, die ich da einmontiere. Das würde man jetzt so machen, wenn man jetzt eine Soße macht. Wenn man eine Soße herstellt. So, das ist jetzt im Glas hier und das wird dann einfach so gleich auf dem Fleisch verteilt. So, das Fleisch habe ich jetzt hier. Das tufe ich nochmal ein bisschen ab. Und das ist jetzt für zwei Personen. Und deswegen mache ich jetzt erstmal so einen Center Cut, um das so gerecht und fair aufzuteilen. So sieht es aus. Also es ist zu weit gegart, aber wurscht. Ist mir jetzt egal. Das waren jetzt hier so ein Ticken über 60 Grad. Und jetzt schneide ich hier so dünne Scheiben, wie es geht, nur runter. Ja, so nochmal zum Zeigen. Also fein runterschneiden, scharfes Messer. Und wenn ihr hier am Ende seid, am Knäppchen, dann verkleidet euch die Stücke so ein bisschen. Das ist einfacher. So, mir geht es übrigens sehr gut. So, hier ist das Fleisch. So sieht es jetzt erstmal aus. Das habe ich jetzt so verteilt auf zwei Teller. Und das drücke ich jetzt hier mit den Fingern so ein bisschen platt. Ich muss dazu sagen, das habe ich irgendwie mal gemacht. Da hatten wir abends unseren kleinen Sohnemann oben. Und ich wollte schön leise sein. Denn er schlief. Normalerweise kann man sowas auch gut ein bisschen plattieren. Mit ein bisschen Krach. Oder auf dem Holzbrett. Mit einem Hammer. So, und jetzt komme ich hier zu den Toppings, sage ich mal. Also ich stelle mir das so vor. Das Carpaccio schön flach auf dem Teller. Dann die Soße dazu. Eine Mayonnaise mit Zitrone. Die werde ich gleich noch anrühren. Ganz easy peasy. Einfach so schnell für einen warmen Tag. Und dazu dann Salat. Ein paar Kerne dazu. Pilze. Kartoffeln. Hm. Und da sind wir schon. Das war Stichwort. Die sind vorgekocht. Abgekühlt. Und die werden einfach dann hier in so einer Pfanne in Oliven und Angebraten. Einlegen. Und laufen lassen. Schnell mal durchschickeln. Dann wird sich alles ein bisschen verteilt. Und dann erstmal die Pfanne vergessen. Achso, der Schnitt war schon da. Ich drehe die Stücke einfach um. Wenn ihr geübt seid, das mit den Fingern zu machen, dann macht es mit den Fingern. Sonst besser mit der Zange. So, dann hier, wie ich schon versprochen habe, Zitrone in die Mayonnaise rein. Fertige Mayonnaise. Ich mache mir jetzt da keine große Arbeit. Damit, wie man selbst eine Mayonnaise herstellt, könnt ihr hier auf dieser Internetseite selbst erforschen. Die Mayonnaise rühre ich jetzt einfach nur mit Zitrone und etwas Pfeffer an. Da hat es schon so einen etwas frischen, feuren Geschmack. So, und dann geht es weiter. Jetzt werden die Pilze angebraten. Das mache ich jetzt hier so ein bisschen verteilen, dass sie an den Oberflächen gut angebraten werden können. Ich finde auch Kochen, auch so Braten zu einer Pfanne, das ist, gerade wenn man genug Zeit hat und Ruhe hat, was ganz Schönes Meditatives. Könnte ich einfach jetzt bei abschalten. Ich glaube, ich könnte jetzt einfach meine Augen zumachen. Aber dann sehe ich ja nichts. Also hier, Rucola-Salat, Zitrone, Olivenöl und Salz. Alles so nach eigenem Gedünken. Die Pfanne wird durchgeschüttelt. Noch kein Salz an die Pilze geben. Also machen viele, ich mache das nicht. Sonst läuft einfach nur zu viel Flüssigkeit raus. Und den Rest werden bei der Pfanne... Die Pfanne ist noch heiß, da ist ja zwölf, jetzt habe ich runtergeschalten. Die Rest ja bei der Pfanne reicht, um die Peeling-Kerne so ein bisschen zu rösten. So, ihr seht ja, das Fleisch ist ein bisschen zerdrückt worden, dass es ein bisschen flacher ist. Und so essen meine Frau und ich es am liebsten. So angegart, am liebsten etwas angegart. So, das ist jetzt schon zu weit, aber wurscht. Und da gebe ich jetzt hier die Soße rüber. Dann auch direkt die Zitrone, also die Zitronenmajo. Da hat man immer mal so ein Stück, was ein bisschen frischer ist, was kräftiger ist. Das ist einfach sehr lecker, die Mischung. Natürlich vorher Salz und Pfeffern. Und dann kommt auch schon auf jeden Herder so ein kleines Häufchen Rucola oder Rauke. Die Pilze dazu. Dann kommen schon die Kartoffeln und alles. Ach, herrlich. Ich kann sagen, es ist lecker. Und wie ich anfangs schon sagte, man könnte natürlich auch einfach einen Salat jetzt im Teller geben und das Fleisch so in Streifen schneiden, anbraten. Aber so als eine Art Carpaccio mit so ein paar warmen Elementen, was Kaltem. Also ich muss dazu sagen, den Teller hatte ich auch im Kühlschrank noch, damit das Fleisch alles runterkühlt. Das ist aber eine schöne Mischung. Macht richtig Spaß zu essen und ist sehr lecker, gerade an warmen Tagen. Ja, hier hatte ich noch Parmesan in einer Fertigtüte, die noch übrig war. Das ist jetzt kein frischer, guter Parmesan war noch da drauf, damit ein paar Tomaten für so ein bisschen Saft. Und dann ist es auch schon fertig. So sieht es aus. Es war sehr lecker. Macht das doch mal so nach im Euer Paul Style. Viel Spaß. Bis bald, euer Paul.